Hey Freunde, damit kommen wir zu legendären Dr. Sloan Woche 11 Herausforderungen Phase 2 von 6 Fange Fische an Angelstellen Ich zeige euch kurz wo ich das erledige Ihr könnt das natürlich hier oben am Kanusee machen Oder wie in meinem Fall hier unten bei Camp Cod Dazu landen wir hier, da ein paar mitgeflogen sind Erstmal eine Waffe looten Und dann haben wir hier unten Ein Angelfass Das holen wir uns kurz Zack, die Angel So Und dann haben wir hier auch schon die Angelstellen Da haben wir einen Gegner Okay, er haut ab Gut Und dann hauen wir jetzt da unser Angel rein So, damit hätten wir schon Nummer 1 Hier Nummer 2 Tag Nummer 3 So, kurz die Fische hier mitnehmen So Und wie ihr seht haben wir hier einen Haufen Angelstellen Gehen wir hier einfach mal zum nächsten Da haben wir den vierten Und da den fünften Damit wäre die Herausforderung auch schon abgeschlossen Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal